Jens, ich habe heute ein tolles Thema für unser heutiges Gespräch. Ich würde wahnsinnig gern mit dir über Verantwortung und Eigenverantwortung sprechen. Hast du da Lust drauf? Absolut. Mein Thema. Dein Thema. Mein Thema. Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, mein Thema. Das sind so Begriffe, die sind im Moment in aller Munde, weil wir natürlich merken, wie sehr wir in unserem Leben, in unserem Alltag die Verantwortung abgegeben haben. Es wird ganz besonders deutlich in den Schulen, in den Altenheimen, im Gesundheitswesen. Es wird deutlich, ja, jetzt hier bei Energiepolitik. Es wird, wir sehen es bei Lebensmitteln. Die Nahrung, die wir essen, ist eine Katastrophe. Und ganz viele Menschen sprechen jetzt davon, in die Eigenverantwortung zu kommen. Doch was heißt das eigentlich? Darüber würde ich wahnsinnig gern reden. Es ist ein unglaublich spannendes und insofern unglaublich wichtiges Thema, wenn nicht überhaupt das wichtigste Thema, weil für mich in der Eigenverantwortung der Schlüssel zu einer anderen Menschheit steht. Also das klingt jetzt sehr groß, aber ich bin da mittlerweile davon so überzeugt, weil ich das auch in den vergangenen Jahren selbst in so vielen Bereichen erlebt habe und weiß auch, wie schwierig das ist. Also wie wahnsinnig schwierig das ist, das anzuerkennen, dass es nur über Eigenverantwortung geht, dass wenn man aber in die Eigenverantwortung geht und die übernimmt, dass dann, was du immer so schön sagst mit dem Zaubern, also das ist wie Magie, dann passieren einfach genau die Dinge, die man nie für möglich gehalten hätte. Was aber jetzt so leicht klingt, ist nicht leicht, weil damit immer auch ein Weg verbunden ist und weil damit, also so war es bei mir, ich kann es ja immer nur von mir sagen, immer eben auch schmerzverbunden ist. Also das Weltbild zu verändern, das Weltbild von der Wand zu nehmen, abzuhängen, gegen ein Neues auszutauschen. Man läuft in so eine kognitive Dissonanz rein, man versteht die Welt zwischendurch nicht mehr. Also das sind Prozesse, die, ja, die kosten Kraft, aber die lohnen sich so unglaublich. Für mich gab es ja da vor 13 Jahren dieses einschneidende Erlebnis, als ich verbrannt bin, als ich diesen Unfall hatte. Und das Leben, das ich davor gelebt habe, war absolut in einem Zustand der fehlenden Eigenverantwortung. Ich habe komplett alles abgegeben an meinen Mann, an die Lehrer, an meine Eltern, an die Umgebung. Ich selbst fühlte mich winzig und das mit Hut und alle anderen Menschen, um mich herum, sah ich als größer und stärker an als ich selbst. Und ich war todunglücklich. Und dann, dann habe ich diesen schweren Brandunfall erlebt, fiel ins Koma, hab den Tod erlebt, hab diese seelischen Welten erlebt und kam zurück nach diesen neun Tagen, die ich da ja in meinem Buch beschrieben habe und wusste, jetzt wird alles anders. Und ab dem Moment bin ich in die Eigenverantwortung gegangen. Also ich habe mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich habe mir alles angeguckt, vom Haus über die Kleidung, über die Nahrung, die ich esse, über die Freunde, mit denen ich zusammen bin, über alles, alles, was ich mit dem Thema Liebe verbinde, alles, was mir Freude macht. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, was macht mir Spaß? Was mache ich denn gerne? Und so ähnlich ist es ja jetzt in unserer Gesellschaft auch. Ganz, ganz viele Menschen gehen jetzt auch durch diesen Prozess, dass sie sich alles angucken und wirklich alles loslassen, was sich nicht gut anfühlt. Ich konnte meinen alten Job nicht mehr machen. Ich konnte in diesem Haus nicht mehr wohnen bleiben. Ich musste, ich habe meine Ehe beendet. Ich habe, ich bin in allen Bereichen in die Eigenverantwortung gegangen und habe angefangen, mein Leben selbst zu bestimmen und nicht mehr von außen bestimmen zu lassen. Und dadurch hat sich bei mir alles verändert. Und wenn du jetzt sagst, dadurch kreieren wir eine neue Welt, dadurch, durch diese Eigenverantwortung stimme ich dir dazu hundert Prozent zu. Es ist ein so erfüllender Weg und gleichzeitig so schmerzhafter Weg. Und ich, weil man, weil man eben nicht mehr mit dem Strom schwimmt, weil man immer wieder auf diesem Weg auch hört, ja, willst du denn deine Komfortzone verlassen? Willst du deine Komfortzone verlieren? Und ich musste für mich überhaupt erst mal verstehen, dass die Komfortzone gar keine Komfortzone ist. Dass die Komfortzone einfach nur die Ansammlung von unseren gelebten Mustern ist, von den Manipulationen, die wir über die Jahrzehnte angesammelt haben, von denen wir glauben, so hätte es zu sein. So ist das nun mal. Das ging bei mir schon in der Kindheit los. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Hier schwimmt der Strom und mit dem schwimmst du bitte schön mit. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne dagegen schwimmen, dann müssen wir dich leider ausschließen. Dann hast du hier nichts mehr zu suchen. Und deswegen als Kind bis eigentlich ins Erwachsenenalter so, wie alt war ich? Ja, ich würde mal sagen so Ende 30, Anfang 40, bin ich da voll mit geschwommen. Immer aus der Angst heraus, dann auch eben ja das zu verlieren, was ich habe, mit dem ich aber gar nicht glücklich war. Und das ist das Irrsinnige. Das bei dir, das klingt zumindest so durch, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber deine Vergangenheit klingt auch total, eigentlich wie bei mir, nach einer Art goldener Käfig. Absolut. Und wir sehen uns ja immer nach Sicherheit. Deswegen schwimmen wir mit Strom mit. Uns wird es vorgelebt und wir halten es für absolut normal. Wir glauben, das Leben muss so sein. Das sind die Spielregeln des Lebens, die hat man einfach jetzt mitzuspielen. Und wenn man das nicht will, dann ist man aus dem Spiel draußen. Dann spielen halt die anderen weiter und du gehörst nicht mehr dazu. Und das wollen wir nicht. Wir sind emotionale Wesen. Wir wollen gern zusammen sein. Wir brauchen Gemeinschaften. Und deswegen wollen wir nicht Außenseiter sein. Und dann fangen wir an, uns zu verbiegen und tragen diese Masken. Deswegen, ich liebe diese Symbolik der jetzigen Zeit so. Und gehen aber eben nicht in unsere Eigenverantwortung, sondern folgen Vorgaben von außen. Das macht wütend. Das hatten wir in unserem letzten Podcast. Und es macht vor allem Angst, wenn es dann ums Aussteigen geht, ums jetzt, ums Verändern. Wenn wir jetzt in die Eigenverantwortung gehen und zum Beispiel sagen, ich gebe mein Kind nicht mehr in dieses Schulsystem, dann wird es plötzlich anstrengend. Dann nimmt uns nämlich nicht mehr von außen irgendjemand was ab und gibt uns Wege vor, sondern müssen wir selbst unsere Wege finden. Das meine ich mit schmerzhaft. Genau. Und für mich ist es nicht schmerzhaft, es ist einfach nur nicht so bequem. Also wir sind wahnsinnig bequem geworden als Gesellschaft. Stimmt, das ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Ja, hast recht. Schmerzhaft ist anders geframed. Es ist tatsächlich, es ist Bequemlichkeit, Komfortzone, das genau, ja. Wir sind selbstgefällig geworden. Wir sind bequem geworden. Wir haben einfach die Verantwortung abgegeben. Eine Mutter, die überlegt sich schon, die meldet ihr Kind kurz nach der Geburt schon im Kindergarten an, weil es gibt halt da diese Einrichtung und dann kann sie wieder arbeiten gehen. Es ist einfach. Wie es dem Kind dabei geht, ob der Kindergarten der richtige ist, ob das Personal dort liebevoll mit deinem Kind umgeht, das hinterfragen wir nicht. Also ich habe es früher nicht getan. Na, ich auch nicht. Aber es ist halt tatsächlich so, dass man der Mutter vielleicht jetzt erstmal gar nichts vorwerfen kann, weil sie halt derart manipuliert ist, dass sie auch an das, was sie da tut, also glaubt, in dem guten Gewissen das Richtige zu tun. Ja, weil es gilt ja als völlig unmodern, Kinder erst im dritten Lebensjahr in den Kindergarten zu geben. Wer macht das heute schon? Also ich habe mal ein Interview mit einer Kindergärtnerin geführt, Ursula Wessler, und die hat ganz wunderbar. Die hat das eben auch, die hat gesagt, es ist grässlich, wenn sie sieht, wie schon diese kleinen Würmer, die sich überhaupt nicht wehren können, dann abgegeben werden. Und was das auch traumatisch mit den Kindern macht und was das für Bindungsängste auslöst. Und das zieht sich dann am Ende wie ein roter Faden durchs gesamte Leben durch. Aber das ist ja den Eltern oftmals gar nicht bewusst. Nein, es geht auch gar nicht um Schuld. Es ist unser System. Es ist dieses dieser Strom, mit dem wir mitschwimmen. Wir schulen unser Kind in der Schule ein. Du bekommst vorgegeben, welche Schule das zu sein hat. Und du hast keine Wahl, welche Lehrer das sind. Du, dein Kind muss sich einfach anpassen. Und wir dulden das, weil es ist halt so. Genau, man macht so. Ja, und wir sind gewohnt, irgendwie bei Amazon zu bestellen und dann kommt das Päckchen ganz bald und wir gehen in den Supermarkt und da ist dann ganz viel Auswahl. Wir, die wenigsten Menschen, gucken wirklich auf die Inhaltsstoffe dieser angeblichen Nahrungsmittel. Wir sind sehr bequem geworden. Und ich glaube, dass uns das jetzt alles um die Ohren fliegt. Dass wir deswegen wütend werden, dass wir deswegen Angst kriegen, dass deswegen zum Beispiel so was so was Nettes wie ein Blackout droht. Das bringt uns zum Nachdenken. Das bringt uns zum zum Wachwerden. Das hatten wir, glaube ich, in unserer allerersten Folge, dass alles gerade auf den Kopf gestellt wird. Genau. Genau. Und das auch notwendig ist, damit eben dieser Bewusstseinsprozess und das Hinterfragen überhaupt in Gang gesetzt wird. Weißt du, als ich da in den seelischen Welten war und von außerhalb meines Körpers auf mein Leben geguckt habe oder auf unser Leben, das wir hier leben, da war die allergrößte Erkenntnis, dass alles, was mir beigebracht wurde, falsch war. Dass die Wahrheit, unsere seelische Wahrheit ist das Gegenteil von all dem, was wir hier leben. Diese Liebe, aus der wir stammen, ist das Gegenteil der Liebe, die wir hier als Liebe verkaufen oder glauben, das sei Liebe. Wir Menschen wissen gar nicht, wie wirkliches Leben funktioniert. Wir leben hier wie Roboter. Und auch deswegen finde ich spannend, dass auch dieses Thema des Transhumanismus im Moment aktuell wird. Wir leben doch wie aufgezogene Roboter. Wir drücken unsere Emotionen weg, wir funktionieren, wir denken nach, wir passen uns an, wir folgen Vorgaben. Wie in einer, mit einem einstudierten, mit einer einstudierten, wie sagt man da, Software. Und leben unser Leben und funktionieren als Angestellter und hoffen auf die Rente. Gott, wie leblos. Und ich lebte so ein Leben und starb eben dann in diesem Unfall und blickte dann auf meine 41 Jahre zurück. Und ich war entsetzt, wie sehr ich mein Leben verschwendet habe. Ja, es klingt ganz spannend, dass du das sagst, weil mir fällt dazu gerade ein Zitat ein, das Yuval Noah Harari gesagt hat. Das ist der Autor des Weltbestsellers Eine kurze Geschichte der Menschheit. Und der ist auch Berater vom World Economic Forum. Und der hat in einem Interview gesagt, wo sollen wir bloß mit diesen ganzen nutzlosen Essern hin? Also so hat er es ausgedrückt. Das hat er letztendlich vor der Weltöffentlichkeit gesagt. Und klar, die alternativen Medien nehmen das auf, regen sich drüber auf. Der Mainstream regt sich nicht drüber auf, weil er ist ja einer von ihnen. Das ist nur so erstaunlich, weil dieses Wort nutzlos, beziehe ich jetzt mal gerade auf das, was du gesagt hast, es klingt dann nach einem nutzlosen Leben, weil du dein Leben gar nicht lebst. Ja, also für mich ist das... Entschuldigung, ein passives Leben. Ja, für mich ist das, was von außen kommt, immer nur ein Spiegel für mich selbst. Es geht immer nur um mich oder für dich geht es nur um dich. Es geht also immer nur um uns. Und die meisten Menschen leben ein absolut unbewusstes und sehr nutzloses Leben. Sie sind wie eine Raupe. Sie bewegen sich immer horizontal und fressen, schlafen, fressen, schlafen. Und haben keine Visionen. Sie haben keine Fantasie mehr. Sie haben keine Wünsche mehr. Und so lebte ich eben früher auch. Und jetzt geht es in der Eigenverantwortung. Und das finde ich wundervoll, dass wir uns jetzt Gedanken machen dürfen, wie gehe ich nicht nur mit meinen Kindern um, sondern auch wie fühle ich mich in diesem Land noch wohl. Wie gehe ich jetzt mit dieser drohenden, mit diesen ganzen drohenden Damoklesschwerten um, die jetzt so über uns schweben? Gehe ich da mit? Gehe ich nicht mit? Gehe ich in den Widerstand? Gehe ich in Frieden? Wo möchte ich hin? Mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Welche Nachrichten höre ich? Und vor allem, was mache ich aus meinem Leben? Du hast mir vorhin erzählt, was hast du schon alles gemacht in deinem Leben, Jens? Ich habe schon viel ausprobiert. Das musst du mal erzählen. Das ist total klasse. Ich habe als Jugendlicher schon für Zeitungen geschrieben bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich habe damals mir meine Schulnoten dadurch auch überhaupt, wie soll ich sagen, erschrieben. Weil wenn jetzt irgendein Französischlehrer einen Schüleraustausch hatte, bin ich halt da von der heimischen Zeitung hin, habe einen Artikel darüber gemacht. Und dadurch habe ich dann in Französisch irgendwie mir eine bessere Note ermuckelt, obwohl ich in Französisch gar nicht so gut war. Damit ging das eigentlich los. Und ich wollte von dem Zeitpunkt an, bei uns in Bad Salzuflen, da wo ich herkomme, war damals die Fernsehsendung Spiel ohne Grenzen mit Michael Schanze. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Und ich habe von, also diese Sendung wurde aufgebaut, die Technik wurde aufgebaut bei uns auf dem Salzhof, auf dem Marktplatz in Bad Salzuflen. Und ich habe als Jugendlicher da staunend gestanden und habe den Fernsehleuten zugeguckt und habe gesagt, ich will unbedingt mal selbst zum Fernsehen. Und dann, wie der Zufall es so wollte, hat unser Tennisverein an dieser Sendung teilgenommen. Und ich durfte auch daran teilnehmen und war dann hinterher auf der Aftershow-Party eingeladen und habe also die ganze Zeit Michael Schanze voll getextet, wie man Fernsehmoderator wird. Also der ist, glaube ich, früher wegen mir von der Party gegangen, weil er mich loswerden wollte. Und ich habe dann auch mit 18 beim Westdeutschen Rundfunk angerufen und gesagt, so, ich würde jetzt gerne Fernsehmoderator werden. Sagen Sie doch mal, wie das geht. Und ich bin dann übers Radio, Lokalradio-Stationen kamen plötzlich, da habe ich dann angefangen. Dann bin ich zu Radio Schleswig-Holstein nach Kiel gegangen. Dann habe ich Comedy gemacht, Baumann und Klausen, habe angefangen, eine Comedy-Serie zu schreiben, damit auch auf die Bühne zu gehen. Habe eine Aktiengesellschaft gegründet, zwei, drei Jahre später. Da wollten wir so, Fitting Stream hieß das Ganze, da wollten wir Business-Radio anbieten. Also unsere Idee war, dass wir zum Beispiel alle McDonald's-Filialen in Deutschland mit einem eigenen Radiostream ausstatten. Also die Digitalisierung kam zu dem Zeitpunkt gerade so richtig in Schwung. Wollten ein Riesending da aufziehen. Also da war ich so voll auch auf der materiellen Schiene nach dem Motto, ich war Vorsitzender einer Aktiengesellschaft. Also ich meine, ich hatte zwar keine Ahnung, aber es klang gut auf jeden Fall. Und dann wollten wir acht Millionen damals einsammeln. Und dann sind aber die Flieger reingekracht, 9-11. Und dann sind die Märkte zusammengebrochen und dann ist das zusammengebrochen. Zwischenzeitlich habe ich noch eine PR-Agentur gegründet mit einem relativ bekannten Fernsehmoderator zusammen. Dann habe ich einen Margarita-Stand gehabt, weil Margarita war so ein Getränk, das kannte ich aus Kiel, da wo ich bei Radio Schleswig-Holstein gearbeitet habe. Da gab es einen Mexikaner und diese Margarita, die es da gab, die habe ich so gern gemacht, dass ich gedacht habe, Mensch, da muss ich irgendwie ein Geschäft aufbauen. Ich bin mit Margarita-Ständen über Stadtfeste gezogen. Und das habe ich alles irgendwie parallel gemacht. Ich habe schon Kinderbücher geschrieben, die nicht veröffentlicht wurden. Ich habe, wie gesagt, als Fernsehmoderator bei RTL 2, Smile, moderiert 65 Folgen damals. Als Journalist, alternativer Journalist, jetzt seit mit dir zusammen der Podcast, also mir würden da wahrscheinlich, wenn ich da jetzt noch weiter drüber philosophiere, noch zehn andere Dinge einfallen, die ich dir erzählen könnte, weil ich mich immer schon gerne ausprobiert habe. Ich liebe es, etwas Neues in die Welt zu bringen und auszuprobieren. Das finde ich großartig. Genau. Und zu spielen. Ich habe es so bei dir, wenn ich dir zuhöre, dann spielst du in deinem Leben. Wie ein kleiner Junge. Du bist freudig und folgst auch der Freude. Ja. Du bist Spiele entwickelt, hast du erzählt. Ja, auch. Du bist Spiele, Ideen. Und das ist Lebendigkeit. Wenn du jetzt zurückblickst auf all das, was du schon gemacht hast, dann geht dir das Herz auf. Absolut. Ja, und das ist gelebtes Leben. Das finde ich wundervoll, dass du jemand bist, der das dann auch einfach macht, der dieser Freude folgt. Ach, T-Shirt-Produzent war ich auch schon. Zur Weltmeisterschaft 2006 habe ich 40.000 T-Shirts verkauft mit dem Spruch Lieber Dritter als Petze, weil wir damals nur Dritter geworden sind. Habe ich nicht allein gemacht, mit zwei anderen Kollegen zusammen. Hat trotzdem riesen Spaß gebracht. Da bist du immer in die Eigenverantwortung gegangen. Ja. Du warst immer unabhängig oder hast eigenständig eigene Dinge in die Welt gebracht oder angeschubst. Und das machen ganz, ganz viele Menschen nicht. Und es gibt dir aber auch die Kraft oder die Erfahrung, wenn es irgendwie mal in irgendeinem Bereich nicht mehr weitergeht, dann hast du gelernt, dass dann die nächste Tür aufgeht. Genau. Dann mache ich halt dieses oder jenes. Ich gucke zum Beispiel wahnsinnig gerne diese Sendung Höhle der Löwen. Ich habe zwar seit, weiß ich nicht, zwölf Jahren keinen Fernseher mehr, aber ich stream die immer. Höhle der Löwen, das sind ja diese Business Angels, die irgendwelche Geschäftsideen nach oben bringen und denke dann so auch, die Idee hätte ich auch haben können. Ich habe hier auch noch eine Idee, vielleicht bewerbe ich mich da mal. Das ist auch etwas, was ich halt auch gerne weitergebe an andere. Also in anderen auch diese Flamme zu entfachen, was auszuprobieren, was in die Welt zu bringen. Also raus aus diesem Hamsterrad. Würdest du Menschen helfen, in die Eigenverantwortung zu kommen oder ihren Weg zu finden? Ja, das ist eines der Dinge, die ich jetzt schon tue. Allerdings bin ich jetzt gerade dabei, also ich habe jetzt gerade auch eine Internetseite gemacht, um das zu professionalisieren, weil es auch da tatsächlich so ist, dass das Alte, also spricht es mit der Comedy immer weniger wird und das Neue immer mehr. Ja, und das spüre ich halt einfach ganz doll. Ich bin halt mittlerweile auch jemand, der da voll seiner Intuition folgt. Und ich erkenne in anderen Menschen einfach sehr präzise und schnell, was ihre Talente sind, was sie in die Welt bringen können. Und ich kann sie halt begeistern dafür, das auch zu tun. Von daher ein klares Ja. Genau, und du kannst sie dann auch schubsen oder besser gesagt Luft unter ihre Flügel pusten. Ja. Das sage ich immer so gern, weil ich mache das auch. Zu mir hat mal jemand gesagt, Anke, du bist eine Mut-Expertin. Und ich finde diesen Ausdruck so schön, weil ich ganz klar in die Eigenverantwortung gesprungen bin, nach diesem, nach diesem einschneidenden Erlebnis. Und ich weiß, dass wir jetzt alle durch diese neun Tage gehen. Also für mich waren es neun Tage. Genau, dein Buch Neun Tage Unendlichkeit. Für uns alle werden es, was weiß ich, vielleicht neun Jahre sein. Ich weiß es nicht, wie lange diese Zeitperiode dauert. Aber ich weiß, dass alle unsere Schleier fallen. Dass wir merken, wo stecken wir, wo haben wir aus Bequemlichkeit, haben wir uns von einem System vereinnahmen lassen. Da ist ja nicht das System schuld. Das System ist ja gar nicht schlecht. Wir haben es ja zugelassen. Es ist ja immer unsere Wahl. Und wo ändern wir jetzt etwas? Wo gehen wir raus? Wo gibt es was Neues? Ich bin zum Beispiel aus meiner Krankenkasse raus. Fühlt sich total klasse an. Hatte ich mir früher nie Gedanken drüber gemacht. Denn es war logisch, du musst eine Krankenversicherung haben. Und irgendwann habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken. Habe gemerkt, geht auch anders. Und das meine ich mit Eigenverantwortung. Wo möchte ich leben? Mit wem möchte ich mich umgeben? Welche Nahrung möchte ich essen? Wie sollen meine Kinder groß werden? Welcher Beeinflussung sollen meine Kinder ausgesetzt werden? Viele Menschen glauben ja immer, ich kann nicht oder das geht nicht. Auch das ist aus meiner Sicht reine Bequemlichkeit. Es geht alles. Es ist unglaublich, was alles geht. Und wenn man einmal diesen Funken entzündet hat. Ich glaube, die meisten Menschen, das ist zumindest meine Erfahrung, haben einfach nur Angst davor, dass sie dann nicht mehr zurück können in ihr Altes, was sie aber gar nicht glücklich macht, was eben dann mit Konsequenzen verbunden ist. Also zu sagen, ich trenne mich jetzt von, keine Ahnung, aus meiner Beziehung, von dem Beruf, von meinem alten Leben. Aber auch das ist etwas, wo ich immer sage, wichtig ist das ja Schritt für Schritt zu gehen. Nicht immer dieses große Ganze schon vor Augen zu haben, sondern einfach anzufangen, rumzuexperimentieren, rumzuspielen, wie du es gerade so schön gesagt hast. Und ich kann mir vorstellen, bei dir war das ja nun auch nicht so, dass du dir irgendwann vorgestellt hast, dass du mal auf Bühnen stehst, dass du in der Öffentlichkeit stehst, oder? Nein, ich wusste das ja gar nicht. Ich wusste erst mal, meine alte Arbeit geht nicht mehr. Und dann habe ich das sofort alles aufgehört. Was war deine alte Arbeit? Ich war selbstständig. Ich hatte Boutiquen für Designerkleidung. Und mein Ex-Mann hatte noch ein paar Firmen. Ja, guck mal, das passt ja zu meiner Aktiengesellschaft. Ja, genau. Und ich wusste, das ist einfach, das ist ein altes Leben. Das war nicht mehr ich. Also die Frau, die aus dem Krankenhaus zurückkam, war eine vollkommen andere. Und dann habe ich die Arbeit aufgehört. Ich habe mich scheiden lassen, bin umgezogen und stand erst mal da und wusste überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Und dann habe ich mich gefragt, Anke, was wünschst du dir? Was wäre das Allertollste, was passieren könnte? Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ich möchte allen Menschen erzählen, was ich da erlebt habe. Und ich möchte einen Weg finden, um den Menschen das Gleiche auch zeigen zu können. Diese seelischen Welten, diese Wirklichkeiten. Und das war mein Wunsch. Und dann fing es an, dass ich erste Sitzungen gegeben habe mit anderen Menschen, dass ich an ihrem Energiefeld gearbeitet habe. Dass ich diese Gabe, die ich mir zurückgenommen habe, dass ich die dann angefangen habe zu leben. Und daraus ergab sich alles Weitere. Und dann irgendwann, ich hatte nie erzählt, dass ich eine Nahtoderfahrung hatte. Und dann irgendwann sagte eine Freundin zu mir, es war Ostern 2016 oder 2017, Mensch, Anke, wenn du nichts zu erzählen hast, wer denn dann? Und dann habe ich gegoogelt und habe gemerkt, es gibt bei YouTube einen Kanal, Empirische Jenseitsforschung heißt der, die beschäftigen sich mit Nahtoderfahrungen. Und dem habe ich eine kurze E-Mail geschrieben, ja, sowas hatte ich auch. Und ab dem Moment veränderte sich alles in meinem Leben erneut. Denn der schrieb sofort zurück, lud mich ein. Ich habe eine Viertelstunde über mein Erlebnis gesprochen. Darauf kam ein Filmemacher, Nepomukmeyer. Darauf kam ein Verlag auf mich zu, mit einer zauberhaften Lektorin, die mich ein Jahr lang begniete, ein Buch darüber zu schreiben. Und ich wusste ja gar nicht, wie schreibt man ein Buch. Und habe mich dann aber hingesetzt, habe dieses Buch geschrieben. Darauf folgten dann Anfragen, Mensch, kannst du einen Vortrag darüber halten? Und ich sagte, ja, mache ich. Aber wusste ja gar nicht, wie hält man einen Vortrag. Und so ergab eins das andere. Und ich mache genau das, was ich mich am Anfang gefragt habe. Anke, was würdest du gerne tun? Am liebsten würde ich allen Menschen davon erzählen, wie großartig sie sind. Und was alles in ihnen steckt. Also so wie du eben erzählt hast, du probierst dich gerne aus. Und du machst gerne was Neues. Und es hat immer irgendwie mit Menschen zu tun. So folgt auch mein, all das, was ich tue, folgt einem, einer riesig breiten Autobahn. Also ich bin total auf meinem Weg der Berufung. Also dessen, was mich ruft. Du auch. Und das auf eine ganz kreative Weise. Ja, und ich stelle mir gerade vor, das ist jetzt auch einfach tatsächlich nur ein Impuls, der gerade kommt. Aber das ist vielleicht einfach auch eine schöne Idee, wer irgendwann auch einen Raum, einen digitalen Raum, wie auch immer, zu öffnen, wo halt ganz viele Menschen sich anmelden können, die gerne was Neues machen möchten und mit denen man sich dann halt zusammenschließt und ihnen halt dabei hilft, in dieses Neue reinzukommen. Weil ich glaube, und das ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe meinen Blog damals, 100 Monkeys, habe ich 2017 an den Start gebracht. Und wenn ich mir die Beschreibung heute noch anschaue, was ich da damals geschrieben habe, ist, glaube ich, auch einer der ersten Sätze, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn ganz genau wiedergeben kann, aber so nach dem Motto, jeder Mensch hat ein oder mehrere Talente und ich möchte gerne dabei helfen, diese Talente zu entdecken. Also das habe ich damals schon geschrieben, obwohl ich gar nicht wusste, also was ich da wirklich mache, aber das wollte raus. Und ich habe dann ja eben angefangen, auf diesem Blog erstmal Menschen, ein Forum zu bieten, Menschen zu interviewen, die eben andere Wege gegangen sind. Aber dass ich vielleicht selber irgendwann mal in der Situation sein würde, anderen dabei zu helfen, in diese Kraft zu, das war damals, aber jetzt, macht es alles total Sinn. Ja, und wenn man dir von außen zuhört, ist es logisch. Du hast auch, bist wie ich auch, diesen Weg zuerst mal selbst gegangen. Du hast deine Talente alle gelebt, du hast sie ausprobiert. Genau. Du hast festgestellt, ui, das kann ich alles. Du bist so wie so ein bunter Blumenstrauß, der immer größer wird. Und da kommen ja richtig tolle Dinge raus, also was du mit Fairtalk alles auf die Beine gestellt hast. Ja, Fairtalk ist auch so, Entschuldigung, wenn ich das noch kurz sage, aber das ist auch so wirklich wie die Jungfrau zum Kinde. Plötzlich ruft ein Fernsehproduzent an und sagt, wollen wir alternative Talkshows machen? Und ich sage, ja, lass uns das ausprobieren. Und dann steht er da mit seinem Ü-Wagen und wir produzieren auf einem Niveau, das ich mir niemals hätte, also wirklich niemals hätte erträumen lassen. Doch, du wolltest Moderator werden. Genau. Heute verstehe ich das. Also, und deswegen ist mir dieses Thema so wichtig, Eigenverantwortung. Ich möchte hier nicht über Vorsorge sprechen, das können andere viel besser. Das meine ich damit nicht. Eigenverantwortung fürs Leben übernehmen, für die eigenen Qualitäten, für diese kreativen Prozesse in uns. Und da schlummert so viel in den Menschen. Und also ich werde auf jeden Fall deine neue Seite, Jens, werde ich hier unter den Podcast verlinken, weil dann können sich die, die sich jetzt angesprochen fühlen, gerne, gerne bei dir melden. Ja, gerne. Und du kannst ihnen helfen, in ihre Kreativität zu kommen. Und was weiß ich, was da noch daraus erblüht? Das sehen wir dann. Ja, es ist einfach im Moment tatsächlich so viel im Feld, dass ich total dankbar bin für das, was ich gerade erlebe, wie auch für diesen Podcast, der ja auch aus einem Impuls heraus von ein paar Wochen erst mal so als spinnerte Idee entstanden ist. Und plötzlich ist er da. Guck mal, und das ist wieder, das passt wieder so zu dieser Energiequalität, die uns das Außen zeigt. Außen, Einschränkungen, Enge, Druck, Verbote, Lieferschwierigkeiten, alles wird teurer und so weiter. Also Druck, aber auf der anderen Seite erblüht unfassbar viel. Und ich kenne hunderte, tausende Leute, die begeistert, die noch nie in ihrem Leben so eine geile Zeit hatten wie jetzt. Weil da eine unfassbare Kreativität erblüht in ihnen. Und das müssen die Menschen fühlen. Aber das ist genau das richtige Stichwort fühlen. Und das passt dann auch wiederum so gut zu unserem Titel Herz über Kopf. Weil das ist nämlich auch Eigenverantwortung. Und das ist auch ein Stück weit mutig, sich dafür zu entscheiden, endlich aus dem Herzen heraus zu leben und nicht mehr aus dem Kopf. Und es kommt keiner von außen, der uns diesen Schritt abnimmt. Es kommt da draußen keine Kindergärtnerin, niemand, der dich an die Hand nimmt und sagt, komm, ich zeige dir jetzt deinen Weg. Und ich zeige dir jetzt, was dich glücklich macht. Das müssen wir selbst. Und genau das bringt uns wiederum in unsere Kraft. Und dafür gibt es so viele tolle Menschen, so viele tolle Gruppen, so viel Inspiration. Und doch ist jeder Weg, den wir gehen, einzigartig. Ich glaube, dass wir uns nie wieder abgucken können, oh, der ist aber, was weiß ich, Journalist. Ich will auch Journalist werden. Die ist aber Lehrerin, ich möchte auch Lehrerin werden. Ich glaube, dass es in Zukunft nicht mehr diese klassischen Berufsbilder geben wird, sondern dass das ein viel weiteres Spektrum einnimmt, dass das alles viel kreativer wird. Das ist so spannend, weil wenn wir so miteinander sprechen, dann merke ich in mir richtig diese Freude auf das, was kommt. Und das ist noch mal mehr auch ein Appell dafür, sich von so einer Freude leiten und anstecken zu lassen. Und das, was da draußen passiert in Form von Nachrichten, von dieser Dauermanipulation und Beeinflussung. Deswegen ja auch das Wort Nachrichten, weil wir uns danach richten sollen. Genau. Also wer jetzt wieder sagt, oh, das ist aber eine Verschwörungstheorie. Nee, da gibt es so viele auch konkrete Beispiele. Also hatten wir heute hier gerade erst, dass Meldungen durch die Medien gingen, dass irgendjemand versucht hat, hier im Norden mit 300 Kilo Sprengstoff irgendein Atomkraftwerk in die Luft zu jagen. Und was bringt das, das zu wissen? Sag es mir. Was bringt das, außer dass es Angst ins Feld bringt? Dass es mich manipuliert, meine Kraft zu verlieren und meine Kraft zu verschenken an diese Angst und nicht mit dieser Kraft das Neue zu bauen, in die Eigenverantwortung zu gehen über das, was wir gerade geredet haben. Genau, und die Kiste auszumachen. Genau. Ja, also ich bin nicht politisch und ich gucke diese Nachrichten nicht, außer ich laufe dran vorbei und mein Mann guckt sie. Dann kriege ich ab und zu mal was mit. Aber es bereichert mein Leben nicht. Es inspiriert mich auch nicht. Also kann es nur eine Gier nach Geschehnissen sein. Ja, oder es ist so ein bisschen so dieses, wenn man am Unfall vorbeifährt, langsamer umzugucken. Genau. Wie nennt man? Ich komme gerade auch nicht auf den Begriff. Ja, da gibt es so einen Begriff. Sensationslust. Lust, Gier, wie auch immer, ja. Es inspiriert mich nicht, es bereichert mich nicht. Es entsetzt mich alles nur. Auch wenn irgendwo, was weiß ich, in China gerade ein Zugunglück passiert ist. Es bereichert mein Leben hier nicht. Und es ist meine Verantwortung, wie gehe ich mit meinem Tag um. Welche Informationen setze ich mich aus oder ziehe ich in mein Feld? Mit welchen Menschen unterhalte ich mich? Ja, weil es halt auch die Verantwortung zu erkennen, dass es kein Wissen ist. Das ist immer, uns wird immer verkauft, Nachrichten seien Wissen, aber das ist kein Wissen. Ja, es wird uns, also mir wurde verkauft, das ist wichtig. Das ist Allgemeinbildung, du musst doch wissen, was in der Welt los ist. Wissen, ja genau, du musst wissen, was in der Welt los ist. Aber was nützt dir ein Wissen, das dich nur handlungsunfähig macht? Also das Wissen, was uns voranbringt, ist doch das Wissen, was wir aus Büchern, Podcasts, Dokumentarfilmen, wie auch immer, wo wir mit in Resonanz gehen. Was uns am Ende dazu beflügelt, uns auszuprobieren, was Neues in die Welt zu bringen. Das ist für mich Wissen. Das andere ist für mich kein Wissen mehr. Oh, das, was wir Menschen hier Wissen nennen, ist nichts. Das ist nichts. Das ist ein Stecknadelkopf oder, wie sage ich so gern, ein Sandkorn in der ganzen Wüste. Wenn wir dann eines Tages den Körper verlassen und in wirklich höheres Wissen eintreten. Ich glaube, dass das Wissen oder die Suche nach Wissen eigentlich nur eine Vorstufe der Erkenntnis ist. Wir suchen Erkenntnis, etwas zu erkennen und das steht immer in Verbindung mit Erfahrung. Also wenn es dann Klick macht in uns, wenn sich dieser Schalter umlegt, wenn wir eine bestimmte, für uns wichtige Erfahrung machen können. Das ist aus meiner heutigen Sicht der Grund, warum wir hier sind und was wirklich wichtig ist in diesem Leben. Ja, und die Grundlage für das alles ist eine eigenverantwortliche Entscheidung. Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir ganz vielen, vielen Zuhörern da draußen ganz viele mutige Schritte auf den eigenen Weg, in die eigene Kreativität. Ja. Wenn ihr den Jens sehr sympathisch findet und ihr glaubt, er wäre die perfekte Unterstützung für euch, dann schreibt ihn doch einfach an. Mal gucken, was ihm dabei einfällt, was für tolle neue spannende Ideen daraus entstehen können. Ich werde es dich wissen lassen. Ja. Dankeschön. Ich danke dir, Jens. Und bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche.